Ich bin dann fertig. Osumina, hier ist wieder Nendofreak. Und ich mache jetzt hier weiter. In der Hoffnung, dass ich auch mal kleine Erfolge sehen kann. Ich habe mich vertan. Passt schon. Ignoriert einfach meine kleine... Ich muss mein Headset richten. Ignoriert einfach meine kleine Geo-Heil. Oh, wei! Oh, das ist dumm. Jetzt muss ich nämlich da rein. Oh Gott! Ich schaffe das nicht! Okay, wie hat er gerade seinen Fuß gehabt? Völlig umsonst. Ich will da hoch, Mann! Ey, yo! Bro! Yo, Bro! Nee, du... Arschloch! Natürlich! Na! Nö! Nö! Dam, dam, da, 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 dam. Ich mache jetzt direkt hier weiter und spiele ein bisschen Mario. Und dann irgendwann habe ich Geld und dann kaufe ich mir Galaxy 2 und dann werde ich das let's playen. Und jetzt hole ich mir meinen Pilz, der gerade abhaut und springt, weil er passiv... weil er passiv raucht, weil er zur Musik tanzt. Komm hier! Komm hier! Oh yeah, Baby! Komm hier! My little honey! Komm hier! Hasen es ist, das ist, das ist so wohl der... ist... Ist, äh... Ist da... Äh... Ne! Guckt euch das an! Ne, 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 ne! Ne, ne, ne! Das war silder, oder? Na, 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 na. Habe ich diese Münzen wirklich gebraucht? Ja, ich brauche Leben, weißt du. Warum springe ich? Jetzt rutschen wir ein bisschen. Springen ab. Ab, ja, das brauche ich. Und ich werde nicht sterben. Und wir springen auf die Mini-Plattform. Und wir springen hier hoch. Und ich hoffe, ich kriege ein Item. Natürlich nicht. Äh, jetzt warten wir wieder. Auf, my friend. Hey, die sind so blöd, um zu drehen. Ich will da drauf. Ich töte dich. Ich kick dein Panzer weg. Und sterbe kleinlich. Und dann springe ich hier drauf. Und springe darauf, um auf den Jackman zu gehen. Nehme dieses Scheißling hoch. Werfe es, um die Goombas zu töten. Und kriegne Blumen an einem Pinguin. Oh yeah, oh yeah. Es ist ein Pinguin. Oh yeah, oh yeah. Ich habe das Gefühl, mit dem Pinguin-Suit rutscht man nicht. Das ist sogar so. Das ist nicht ein Ort, ja? Äh, 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 nicht mit dem Pinguin-Suit. Suit, das ist kein Pinguin-Anzug, das ist ein Pinguin-Suit. Warum? Weil ich das sage. Äh, 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 ich könnte item, ich könnte item zu Hause gehen. Weiß, ich könnte item zu Hause gehen. Aber, naja. Ich habe einen Ohrwurm. Von was? Von VGM, natürlich. Bram, bram, bram. I guess I am Ty. Why the hell I speak English? I am a German. Where are you come from? I come from Deutschland! Oh mein Gott. Dieses Video hatte ein deutsches Wort. Was machen wir als erstes? Wir schreiben hin, oh mein Gott, you're a Nazi. I love Hitler und so Zeug. Natürlich, warum? Wir sind Amerikaner, wir hassen Deutsche. Ich dachte mir, die Franzosen hassen die Deutschen. Ja, die auch. Mag denn überhaupt jemand die Deutschen? Ich weiß nicht. Ja, die Deutschen selbst. Holländer mögen keine Deutschen. Franzosen mögen keine Deutschen. 15 Ups. Stirb, du Arschloch. Springen. Mario. Ich mach jetzt da. Wow. Nee. Eigentlich mal nett. Ich will da drauf und die Zeck wird ständig nur da runterfallen. Ey, Mann. Ich sehe schon, ich mach den ganzen Part wieder dieses Level. YouTube sagt, das Video darf nicht mehr als 10 Minuten haben. Deswegen hab ich schon bei 8 Minuten Panik. Und höre bei 7 Minuten auf. Das ist übertrieben. Denn für ein Let's Player zählt jede Sekunde. Ich mach jetzt Dauerjumpen, dann fall ich nicht mehr runter. Ich nehm alles zurück. Hui. Hui. Dö, 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 dö. Nö, 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 nö. Bum, 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 bum. Ich dachte grad, ich werde attackiert. Aber da waren es nur Schneeflocken. Ja. So inkompetent kann ich... Nehmen. Werfen. Aua. Für die Version, für die Leute, die den Reim kennen. Spielen. Halten. Aua. Will. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. Oh, so weit war ich noch nie. Hätte ich die Klappe gehalten, dann wäre mir folgendes nicht passiert. Wir sind schon über sieben Minuten. Ich muss jetzt den Part beenden. Nein. Ich hasse diesen Part, das Level. Ich hasse die Eiswelt. Ich hasse alles. Ich liebe Nintendo. Ich liebe Mario. Ich liebe die Spiele. Aber ich kann sie nicht. Deswegen hasse ich sie irgendwann. Dann habe ich eine Depri-Phase. Dann sage ich, ich spreche den Let's Play ab. Das war der blödste Jump, den ich je gemacht habe. Wie auch muss ich noch Bowser's Gesicht sehen? Ich finde das lustig, wie andere Let's Player immer mit ihrem Englisch versuchen. What's the fuck? Okay, nein. What's the fuck? Hallo? What's the fuck? What's the hell? Ui, ich war drauf, ich Idiot. Oh, mein Gott, nein. Wieso doch mir? Wieso doch mir? Sollen wir den Superhilfe-Assistenten-Dingens-Kirchen benutzen? Vielleicht. Lelelele Lelele